so und das ist jetzt wirklich die erste folge auf meinen gaming kanal ja ich weiß jetzt nicht wie ich das dann also machen normalerweise spiele ich teilweise sachen vor und gucke wie sie funktionieren um da zurechtzufinden damit ich jetzt nicht so viel ausprobieren muss und es nicht zu langweilig wird für euch manchmal aber auch nicht ich weiß nicht was das hier ist einsatzkarte schnell start kampagnen mission kann ich verschiedene missionen noch mal spielen welt geschehen missionen die nur die ganze zeit verfügbar sind welt geschehen das heißt es gibt aktuelle sachen anscheinend okay tages geschehen jeden tag ein anderer auftrag ich dachte das ist ein aufbauspiel weil es ist irgendwie noch mehr als nur ein aufbauspiel was habe ich denn hier post bekommen mein archiv enthält datensätze die in diesem zusammenhang wichtig sein könnten ja kannst du mir auch die e mail vorlesen ich will jetzt hier nicht so viel vorlesen schön dass du mir das gesagt hast aber lest du mal vor was hier drin besteht dann also kannst du das nicht lesen hallo lest das wir bitte vor ich bin ja kein freund von von lesen oder sowas dann halt ne also wir werden jetzt hier bei diesen nicht lesen und alles ohne lesen machen ich bin darauf programmiert sie zu unterstützen ja nicht so mal das hier vor manchmal diesmal durch suche datenbank nach nützlichen informationen das ist gut das ist gut ja schauen wir uns weiter um was man hier so noch machen kann ich glaube in der ersten folge gucke ich mich einfach mal hier so ein bisschen um ja okay irgendwelche statistiken können wir jetzt hier gucken fische globale warenproduktion kohlekraft kohlekraftwerke 20 prozent also was soll denn 20 prozent 2017 ich hoffe nicht mehr naja offshore windräder windkraft und atomkraftwerke auch noch ja gezeiten kraftwerke 11 prozent solar blockheizkraftwerk also noch zwei fossile und einer noch atom ich weiß ja nicht ob das noch 2017 ich hoffe nicht ich hoffe nicht größer umweltverschmutzung mehr kohlekraftwerke was schaufelbagger über naja ja naja ok gehen wir mal zurück was haben wir hier noch herunterladen ja was ist also ich will ich will ich den 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 schnell start machen dann halt ne vielleicht mache ich auch nur relativ kurze folgen die ich so in der playliste packe und sage das nächste also das war jetzt hier kurzer überblick wobei ich kann die leistung wirklich großartige arbeit für die firma ich habe nicht gemacht ich habe nichts getan ich habe nichts getan warum leiste ich denn großartige arbeit wenn ich noch nichts getan habe also ich weiß ja nicht also ok finde ich auch gut ich leiste großartige arbeit ich leiste großartige arbeit obwohl ich noch nichts getan habe ja so so ist das ja auch im realen leben ich kann hier mein aussehen ändern kommandoschiff ja ok ich kann hier nochmal hier sagen wie ich aussehen soll ja ja so hier gelb haben wir nicht grün ja orange ah ne aber gelb ist ja auch teilweise mehr grün vielleicht oder ne karriereleitung achso großartige arbeit ja auszeichnungen noch gar keine auszeichnungen standard modul achso das ist unsere plattform unsere arche die wir dann also konfigurieren können und die wir noch gar nichts haben ja ok ähm wir haben keine bevölkerung und keine produktion ok screenshots haben wir auch keine bonus inhalte bonus inhalte eif fernglas 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 naja ähm ja puh ok ähm zurück was haben wir hier chat chat konsole kontakt ähm aber ich glaube jetzt haben wir wirklich alles um patch nicht nicht hier irgendwie rein zu gehen aber ich glaube in der nächsten folge mache ich dann den schnellstart also ja ich glaube wenn ich die folgen so mache was ich tue also ähm ja kapitel wie will ich sagen also so ich mache die folgen nicht auf eine bestimmte länge sondern was dann vorkommt wobei ich achte dass wenn es zu lang wird ich dann da doch ein cut mache und dann mehrere kleine folgen aber jetzt hier so optionen anschauen und sowas ähm vor ort den start das ist dann jetzt eine eigene folge ich weiß gar nicht wie lange ist die jetzt dann da so ich glaube nicht mehr zehn minuten oder sowas naja aber spielt auch keine rolle das war jetzt die erste folge und wir sehen uns dann in einer nächsten folge wenn es dir gefallen hat ja bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin Bis zum nächsten Mal.